weiter geht's mit come on and conquer renegade wir haben einen kleinen erfolg erzielt und haben deadeye getroffen den da und er hilft uns jetzt hoffentlich die mission erfolgreich zu beenden was mir schon seit ewigkeiten nicht gelingt darf er sterben er soll erstmal vorgehen auf jeden fall ich traue mich nicht bei den punzern dahin er hat mir ja das hier gegeben um vielleicht hilft das hier aber nicht gegen panzer wer schießt denn da auf mich immer guter auf dem panzer da kann ich nichts machen schon mal ein bisschen rüstung nach rennen kann man ja nicht ordentlich wie bei battlefield 2 da ist ein stück rüstung ich habe nämlich mit er soll ruhig ein bisschen vorgehen und mir den weg frei machen hoffentlich macht er das auch und ich nehme derweil mein sturmgewehr wieder raus ist hier auch noch aber die sind von beiden seiten halt da ich laufe einfach raus das hat ja keinen sinn anders wen schießen die jetzt noch an warum steht er da vorne der sowas mutig hatte c4 zufällig gehst du da weg einfach weitergehen so ist das anscheinend auch gedacht muss ich das jetzt kaputt machen oder wie moment f7 f7 ist hier macht er irgendwas da oder will er nur ein bisschen schmusen ich habe ja nur eine pistole die bin ich da ich bin ich da ich bin ich da da habe ich unendlich munition deswegen nutze ich das gerne glaube das ist nicht so klug das dauert zu lange gut dann brauche ich ordentliche feuerkraft vielleicht das hier das brauche ich nicht so oft die kaputt dankeschön jetzt geht er erst weiter ich hab's geahnt gut na jetzt können wir mal gucken was auf uns zukommt er schießt schon er trifft doch überhaupt nicht wabuschka ich glaube schon einfach weiterlaufen jetzt wird es aber spannend wie will er da bitte schön weiterkommen kann der sterben ist die frage das wäre nicht gut jetzt schießt das gefährt halt das nervt immer so muss ich das echt schon wieder so machen der macht einfach nichts er läuft einfach mit und ich werde getroffen er ist irgendwie immun das ist doch scheiße ich verstehe das nicht das ergibt keinen sinn eine ganz doofe stelle wenn ich die aber geschafft habe dann habe ich vielleicht ganz geschafft so dann nehmen wir doch mal da eine ordentliche waffe für ey wackel nicht so kann ich nicht gescheit zielen funktioniert das ding noch gleich so ok achtung hier spricht die stimme des widerstandes warum macht der eigentlich nichts unsere anführerin wabuschka wurde entführt wabuschka na wie fühlt sich das an jetzt schnell nah ran anscheinend ist das besser oi 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 zu zweit gegen zwei panzer oder wie wie haben die sich das vorgestellt jagdpanzer schwäschling wie in der realität läuft das ab wie geil plötzlich funktioniert sowas sehr komisch mal speichern mit der hier genau so sind wir jetzt endlich mal durch mit der scheiß mission geleiten die die widerstandskämpfer irgendwie hat das nicht geklappt ich weiß auch gar nicht welche das gewesen sein sollen nicht schon wieder ein fahrzeug warum zum glück habe ich davon so viel ich möchte erstmal das hier einsammeln ja klar aus dem nichts ich war gerade vollgeheilt das ist aber doof egal dann machen wir das jetzt vorsichtiger das ist das schöne ich habe hier kurz vorher gespeichert ähm ich soll mich erstmal um den typ kümmern wo war der denn kommt der erst gleich noch wer schießt da der buggy kommt mir so vor hallo ich bin nord im grunde meines herzens aha nicht den kopf getroffen das war nicht gut ja wackel wackel gut das ist mein freund wo ihr schweinehunde es nennt ihr das fair natürlich habe ich jetzt kein boah gut der hat mir zeit gelassen das wollen wir nicht außer acht lassen da hätte man ausweichen können ich dachte nur wenn man bis jetzt nicht geschossen hat dann lässt das vielleicht ganz dann bleibe ich eben bei der Waffe da habe ich ja noch 23 und 300 kann ich das ordentlich sehen wahrscheinlich jo gleich kommen sie aus der Luft ja ist ja gut er ist das also der das sagt wahrscheinlich Mendoza ist das höchstpersönlich der stirbt aber eh nie zum wievielten mal sehen wir den jetzt schon zum x-ten mal und nie stirbt der ganz aber mich springt der immer wieder um nochmal mir geben wir nicht auf wir müssen erstmal Mendoza ganz schnell von der Bildfläche verschwinden lassen dann können wir uns um die eigentlichen Dinge hier kümmern um die eigentlichen Fragen des Lebens du wirst bluten zieh dir lass mich doch da hoch du wirst bluten zieh dir ja 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 guck mal wer da ist oh je ich bin drüber gehüpft ich bin aber fast tot jetzt ja ist der jetzt tot den gibt es da noch jetzt noch wow Raketenwerfer nehm ich doch gerne an geht auch weg sonst gehst du mit drauf schießt der echt auf den Reifen da sehe ich richtig er will unbedingt mit in die Luft fliegen er wollte es so der stirbt aber einfach nicht so speichern ich komm weiter ich glaub's einfach nicht was ist passiert die Ruhepause hat mir auf jeden Fall gut getan die monatelange Drückerei vor diesem Spiel hallo eine Kathedrale das ist bestimmt das Ende gab's nicht sowas auch in Blatt kenn das Spiel zwar nicht wirklich aber ich hab ein Video dazu gesehen eins das hat mir dann gereicht dann war ich traumatisiert seitdem mag ich keine Kathedralen mehr hallo hä redet ihr oh hallo ich nehm hier ein bisschen was mit okay wenn ihr nichts dagegen habt oh das sieht nach einer finalen Schlacht aus ich habe Angst was ist denn jetzt los ich drücke E er guckt nur doof was muss ich machen treffen sie sich mit Patch das ist offen wer ist Patch Deadeye ähm ja ich will mal lesen bleibt mal stehen ich bin so gut in Multiplayer könnt ihr mir glauben jeder will mich in seinem Squad Team haben so ja gut da war ich schon muss ich mich jetzt echt mit Patch noch treffen oder gibt es noch ein anderes Ziel ich wechte es nicht Moment mal sekundär ist das alles nehmen sie mit Babushka ich dachte mit W äh ja aber primär treffen sie sich mit Patch ist genauso schnell wie ein Windows Patch an Ort und Stelle die war da von Anfang an ne und Patch dankeschön geht da Spärfeuer du scheiße in welcher Richtung Spärfeuer löschen sie die schwarze Hand aus primär Ziel ach du scheiße ich hab's geahnt du hast das ich Moment Moment ich glaube ich brauche den da ja wo ich glaube ich bleibe einfach hier drinnen ihr macht das schon oder warum flackern die so manchmal ja äh gut ich glaube ich muss einfach mal alle Leute umbringen die draußen rum die da draußen sind unwichtig oder mobile Artillerie hier bringen sie mal um der ist schnell der Hubschrauber das ist dumm und ich hab keine Munition mehr die Liebe ist ich war schon mal unter dem neuen Stand auf jeden Fall jetzt bevor ich noch Mist baue könnte unter Umständen mal passieren auch wenn's nicht oft passiert so machen wir das ganz oldschool der ist mit ne stärker also ich glaube ich aber wenn wir den umbringen dann haben wir's vielleicht geschafft äh ich kann nie lesen über Apache nicht der beste Server je nach Anwendungszweck da ist schon wieder neuer Hubschrauber aber der hier scheint mir am gefährlichsten zu sein der wackelt auch rum wie sonst was jetzt will er nicht mehr getroffen werden oder wie Schisser ich bin doch selber fast tot also komm na also ich hab gewonnen aber die Mission wahrscheinlich nicht ich spreche auf jeden Fall woanders ich weiß nicht ob es hier noch irgendwas zum Aufpushen gibt Aufputschen eine Heilung und Munition das wäre so schön was machst du eigentlich hier du gammelst da nur rum nö hier ist nichts mehr sehr bedauerlich Dead Eye komm mach was guck nicht so doof siehst aus wie ein Android noch so ein ist das der letzte aber dann löschen sie die schwarze Hand aus was meinen sie damit wer ist die schwarze Hand das hatten wir noch hier hoffentlich habe ich jetzt nicht den falschen Stand überschrieben da komme ich auch raus ah ja das liegt nur auf der Seite das macht niemandem was ich glaube es geht vor allem nur noch um den Hubschrauber irgendwer schießt aber hier ich will nicht die Kathedrale verlassen jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen sicherer da drin wo war der Hubschrauber gut wir gehen mal runter natürlich dabei verletzen versteck dich doch wer schießt da ja wer schießt denn ich hasse es wenn ich nicht weiß wer mich tötet laden der letzte Auftrag bereitet doch mal ein bisschen Kopf zerbrechen im wahrsten Sinne des Wortes dann sind wir wieder hier da haben wir den kann ich da einfach rausspringen geil und wieder rein waren die nicht sowieso weg die Scheiben wir demolieren hier alles gehen wir ganz normal wieder ich wollte eigentlich runter gehen ja wenn ihr hier steht dann bleibe ich auch hier stehen ganz einfach warum sollte ich für euch kämpfen wenn ihr gar nichts macht wo kam dieser Typ jetzt her der eine ist ja alles wieder da Moment was ist das das bringt mir nichts ich hab C4 aber ich kann zur Artillerie gehen und in die Luft springen ich hab ne eine oder was hat das nicht geklappt geht doch ja vollkreis oh was war das nicht gut ich weiß nicht ob das halt benötigt wurde speichern wir mal neu leeres Feld nein wir machen den hier wieso hab ich die so komisch benannt was hab ich mir noch dabei gedacht war das jetzt gespeichert ich hoffe so wir schaffen das jetzt einfach mal hoffentlich werden die Missionen danach ein bisschen leichter komm der wird doch eh gleich wieder ersetzt wenn er stirbt oder das war doch im letzten auch schon so wo wir da eigentlich hin na also hat das jetzt irgendwas gebracht offen irgendwas ist noch offen irgendwo muss noch eine schwarze Hand rumlaufen eine einzelne schwarze Hand ja sag doch mal was immer so gesprächig diese Soldaten aha schwarze Hand das ist er oder war er das nö die heißen einfach alle schwarze Hand so in der Truppe denke ich mir mal jetzt hab ich grad gespeichert hör doch natürlich speichere ich in dem Moment gerade Spielstand B ist das dann interessant schnell weglaufen ja ich kann jetzt nichts mehr tun oder wie denn Moment 18.11 ja den hatte ich grad gespeichert der speichert also immer in anderen Stand beim Shortcut damit kann ich leben ach der lebt jetzt noch damit kann ich ja weniger leben tschüss ich bin schon wieder halb tot hä ich wollte doch speichern so wo war denn jetzt die schwarze Hand muss ich einmal rumlaufen oder wie toll hier irgendwo ich geh erstmal kurz hier rein da war ich ein bisschen sicherer da werde ich gedeckt hoffe ich mal zumindest dann gucken wir hier und dann war hier einer ja wow und jetzt noch einer von hinten Moment das nehme ich doch mit noch nicht dumm Moment da kam einer der ist immer derselbe dann bringt das dann gar nichts der wird einfach wie gespawnt oh jetzt kommen sie alle wollt ihr ein bisschen mitmachen oder ja ist immer derselbe glaube ich wie sie immer ausweichen oh fuck wenn die Munition plötzlich alle ist mitten im Gefecht ist das nicht sonderlich angenehm dann wir haben es fast geschafft glaube ich wir gehen mal direkt auf die Pistole mein bester Freund halt da stehen ja dumm ich muss mich weiter wegstellen oder habe ich noch eine andere Waffe natürlich ich habe die Säure Waffe oder Flammenwerfer ist auch nicht schlecht na Überraschung was lässt irgendwas fallen ich glaube er hat irgendwas fallen gelassen war da nicht gerade noch einer das ist nur in meiner Scheint zumindest so ja was wollt ihr denn jetzt noch muss ich irgendjemanden Offizier wieder noch töten den ich nicht finde oh schwarz ja wo kommt das denn her geil tja und heute haben wir uns hier versammelt um ein paar Gedärme zu schlachten wo ist die Zielperson du vielleicht möglicherweise ja schneller wow es hängt ich habe es geschafft wow ich habe die Mission geschafft ey das ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen ich habe zwar nicht alle Sekundärziele geschafft aber das ist mir egal 91 getötete Feinde die größte Mission und die schwierigste die ich jemals zu bewältigen hatte klar 58 Minuten insgesamt waren das locker 5-6 Stunden war endlich vorbei Sarge und Havoc kommt jetzt eine Videosequenz ja ich arbeite mich die Straße rauf ich begleite sie Captain nein was sollen wir dann tun hä sollen wir hier rumsitzen und vielleicht in der Nase bohren ruft Loke er soll euch eine Limousine schicken hey man das könnte doch jeder Idiot Kumpel ja ja du machst das schon richtig sehr nett Eva zeig mir die Position der Wissenschaftler an okay beim nächsten Mal dann aber jetzt bin ich erstmal froh dass ich das geschafft habe wir machen dafür extra sogar einen neuen Stand neue Mission weil ich glaube alle Speicherstände hier beinhalten nur eine einzige Mission habe ich echt 2014 angefangen das ist ein bisschen im zweiten Monat nach Dezember der 14. Monat ja es ist schon eine Weile her gut dann geht es hier beim nächsten Mal aber weiter habe ich auch wirklich gespeichert ich mache auf jeden Fall einen neuen Stand noch Auto speichern es wird sowieso gespeichert alles super beim nächsten Mal eine neue Mission und irgendwann schaffen wir das Spiel auch komplett da bin ich ganz sicher erst mal bin ich froh dass ich das jetzt geschafft habe Wahnsinn Wahnsinn unglaublich wer hätte damit gerechnet wer hätte damit gerechnet außer mir natürlich wahrscheinlich keiner es ist ja tschu 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 tschau tschu 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 Untertitelung. BR 2018